Hallo und herzlich willkommen Leute, mein Name ist Kuschle und in diesem Video zeige ich euch, wo alle Orte der Perkmaschinen auf Shaolin Shuffle sind. Insgesamt gibt es 10 verschiedene Perks, die ihr kaufen könnt und ich fange jetzt einfach mal mit Tough Enough an. Tough Enough könnt ihr erst erhalten, wenn ihr komplett den Strom angeschaltet habt, dafür habe ich ein separates Video. Ihr findet die Perkmaschine im Untergrund, direkt nach der Arena oder wenn ihr von oben durch diese kleine Barrikade runter geht, direkt rechts an der Wand. Das nächste Perk ist Up in Atoms, also Quick Revive. Das befindet sich ganz einfach im Spawn Room. Als nächstes gibt es hier Mule Munchies. Wenn ihr den Dojo im Rücken habt, geht ihr rechts die kleine enge Gasse nach unten runter und links im Eck seht ihr da Mule Munchies. Die nächste Perkmaschine findet ihr in der gleichen Alley und zwar wenn ihr Mule Munchies im Rücken habt, geht ihr einfach diagonal weiter die Gasse entlang und am Ende rechts habt ihr Bombstoppers. Die Racing Stripes findet ihr, wenn ihr vom Dojo aus links nach oben über die Dächer geht. Dort ist ein Wallball von der Erdradgun, also der Erdradwaffe und rechts neben ist auch schon an der Wand Racing Stripes. Wenn ihr von Racing Stripes aus nach rechts geht, dann geht ihr so eine Treppe runter und dort unten findet sich auch ein Powerschalter und direkt dort gibt es auch das neue Perk zu kaufen. Könnt ihr nicht übersehen, denn Dead Eye Dew Drops leuchtet ziemlich grün, also in der giftgrünen Farbe, also daran könnt ihr eigentlich fast nicht vorbeilaufen. Ja, als nächstes haben wir Quickies aka Speed Cola. Dafür müsst ihr durch die Disco gehen und zwar ganz nach oben aufs Dach und auf dem Dach findet ihr dann die Perkmaschine. Wenn ihr das Perk Trailblazers sucht, müsst ihr ebenfalls zur Disco gehen und zwar ist es direkt vor dem Ausgang in Richtung Projektorraum, also zum Kino und dem Nightclub, an der linken Seite an der Wand. Und von Trailblazers aus einfach rausgehen auf der Straße in den Hof, whatever das auch ist. Rechts, wie gesagt, ist Packer Punch und ganz hinten links in der Ecke seht ihr dann die Perkmaschine Blue Boats. Ja, und als letztes haben wir noch Bang Bangs. Und zwar befindet sich diese Perkmaschine im Untergrund in der U-Bahn und zwar auf dem zweiten Bahnsteig, den ihr dann dadurch, dass ihr halt die Map aufkauft, irgendwann freischaltet. Gegenüber von der Tür, die sich von den Stromschaltern öffnet, auf dem rechten Bahnsteig ist das Ganze am Ende und ja, das sind dann schon alle Perks. Ja, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, um euch auf der Karte ein bisschen zurechtzufinden. Ich weiß, am Anfang ist das immer so eine Sache, wo muss ich hin und wie komme ich da hin und man verläuft sich gerne mal. Aber das sind die ersten paar Mal und dann kennt man sich auch aus. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann.